Ah, 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 pfff, finally, got it! Oh, hey, Millionen! Oh, cool! Milena! Hahaha, I'm a millionaire, Barry! Hey Barry, what are you looking at? Conquer, honey! Oh, easy come, easy go! Was mocht'n der hier? Imperator, Schweizer Garde. Who's this guy? Barry? Do you know who he is? You got me! Miaz! A glass! A red squirrel! Aber das ist nicht unser Endgegner! Red squirrel? Oh, I think he means me. I don't recognize this guy. Unless he's the fabled panther king. But he was just in stories like my mum used to tell me to get me to sleep. Looks like he was real after all. The furry panther king. Who are you calling a furry? No. 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 I've been like furry. I've been ephemeral. Like a fable. Like a legend. You know, like... Sort of doesn't make... Doesn't matter. Not anymore. Not anymore. Not for you. Weasel. Right here boss. Your bounty. Thanks very much. What are we gonna do with... Him? You leave him... To me. So you're not gonna kill him? Not exactly. Step aside Conker. I know how to deal with men like this. Hmm. Ausziehen. Such... Loyalty. Striptease. Misplaced. Get rid of her. The easiest thing in the world. Sorry doll face. Business is business. Adios. Carrie. Nein. What the? Hey. Mind where you... Mary? Ah. 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 No problem boss. Boss? You feeling alright? Ah. Ah. hmmm ein bit of ingessen where is my milk Professor professor oh oh good the sooner we get this Ich werde meine Milch bekommen. Es wird besser. Ja, das ist richtig, meine Liege. Es wird besser werden. Oh, wirklich? Ja. Ah, ich habe nicht gesprochen. Ich habe die Milch bekommen, ja. Ah, das ist gut. Ja, das Problem ist alles. Ja, das ist gut. Ich glaube, das ist mir gekommen. Was ist hier? Ich habe nicht gehört. Was ist hier? Nein. Ich habe nicht gehört. Ich weiß, was ist hier passiert. Aber ich glaube, es ist Zeit zu machen. Ich habe nicht gehört. Alles zu teuer... Das ist ein weiteres alles! Ja, ich weiß es. Ich habe nicht gehört, dass man die Antimigrant ist. Was ist hier? Ich habe nicht gehört. Nein, doch keine Ahnung. Ich habe nicht gehört. Ja. Ja. Ja, welcher Film ist es? Alien! Ja. Wir sind so knuffig. Oh, nein. Oh, ja. Ah, komm her. Oh, so ein schönes Tier. Selbst wenn er deine Frau übernimmt, lass dich, Skrull. Lass dich, Linn-Fremlin. Du kannst nicht helfen, aber erneut seine Schönheit, seine Worte, seine Worte, seine Worte. Er ist nicht ein Untertitel, ist er? Ist er da? Er ist nicht. Ein Moment. Ah. All right. Ich f***, wenn ich in dieser Welt leben werde, in dieser Kastel, so aus. Ich habe etwas, wie Technologie. Wir kommen in Orbit. Ja. Ich glaube, ich muss die ganze Zwischensequenz in einen Part schneiden, weil es aber fünfzig ist. Mehr ist nicht erlaubt, Deine Tute. Deine Röhre. Meine Röhre. Ja. Deine Klotze. Das ist die Kraft von Liquid Nitrogen, mit Oxygen, zwei Parten, Patrick. Ja. Das ist in der letzten Szene und das ist immer länger. Oh, nein. Nein. Heinrich? 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 Heinrich Himmler. So. Was darf? Ja. Scheiße. Ich glaube, ich habe mich jetzt gerade selbst umgebracht. Nein. Auch nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wie er funktioniert. wie er funktioniert. Der, der sucht da. Ich muss den jetzt irgendwie, wie bei so Mario 64, irgendwie mit dem Bowser. Am Schwanzbanken. Ja, genau richtig. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie genau das jetzt funktioniert. Wie genau das jetzt funktioniert. Ja, genau richtig. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie genau das jetzt funktioniert. Ich fand die Doktor cool. So, kümmere dich mal um Heinrich. Scheiße. Ach, stimmt. Du hattest ja nur noch ein Leben. Ja. Aber egal. Ja. One-Hit-Kill. Jetzt wissen wir ja bloß nach dem bis dann haben wir es endlich durch. Das ist ja nämlich auch irgendein Blastkorps, dieses alte Supermaterial. Äh, nee, wir sind N64. In dem ich dachte nur, dass du das kennst, oder? Doch, doch. Freilich kenn ich Blastkorps. Ja, genau. Da sind die Presse schlagen. So. Nein, du fliebst, bist du schneller. Ah, genau. Ich muss einfach so laufen. Raus! So, wie das ich den jetzt dann noch... Ist der das automatisch? Nee, ist nicht so schnell. Okay, der ist so falsch. Aber es ist auf jeden Fall klar, wie er funktioniert. Auch! Ja? So. Ja. Hä? Ich glaube, du musst nur schnell genug drehen, oder? So auch nicht. Okay, so auch nicht. Ah, ich glaube, du musst nur schnell genug drehen. Aber egal, wir haben ja quasi unendlich Leben. Richtig! Richtig! Und das sind wohl nur zwei Parts. Naja, es ist schon hell leider wegen dem. Ich weiß nicht, wie ich dem ausweichen soll. Dem ist klar. Die, das ist einfach. So. Jetzt richtig schön schnell. Schneller! Mach schneller! Ah, jetzt ja. Genau. Ja, aber das muss ich dreimal machen. Jedes Mal wird er ein bisschen aggressiver. Ja, bis er halt nicht mehr... Wir müssen es wahrscheinlich so lange machen, bis er sich nicht mehr am Boden festfällt. Weil am Anfang macht er das ja. Genau, ja. Ist doch schon. Stimmt, bis er sich nicht mehr festkommt. Gleich haben wir es durch. Dann geht's weiter mit Clive Barger's Undying. Weil wir auf Pilote das freaking gewrestet haben. Pah. Jetzt ja. Ja, aber Gott sei Dank. Einmal, ne? Haben wir es jetzt durch? War es das schon? Haben wir es geschafft. Jetzt müssen wir es richtig zielen. Das wird sie gleich rausstellen. Ja, wir haben 2-3 Parts, denke ich. Der erste Stürzer. Ich rede schon vom letzten Schnitt.